Hallo und herzlich willkommen zu deinem 5-minütigen, hochintensiven Ausdauer-Intervall-Training. Das ist Level 2 mit den Übungen Hampelmann und Kniehebelauf. Beide Übungen führst du 10 Sätze à 20 Sekunden aus mit jeweils 10 Sekunden Pause dazwischen, so dass du auf insgesamt 5 Minuten kommst. Auf geht's! So, in wenigen Sekunden geht's los mit dem Kniehebelauf. Schön hochziehen die Knie. Zack, 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 zack. Das ist ja jetzt schon anstrengend. Und der Hampelmann hinterher. Gar nicht lange Pause. 3, 2, 1, 9, setz to go. Ein Fünftel haben wir geschafft. 3, 2, 1, 8, setz to go. Workout. 3, 2, 1, 10 Sekunden Pause. 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 Und nochmal Kniehebelauf. Mit Blick aufs Meer. 3, 2, 1, 10 Sekunden Pause. Sehr schön. Keine kurze Verschnachpause. Direkt weiter mit dem Hampelmann. Noch 5 Sätze. Halbzeit erreicht. Rest. Rest. Okay. Rest heißt Pause. Die gar nicht so lange ist. Leider. Denn es geht direkt weiter. Noch 4 Sätze. Durchhalten. Keep on smiling. 3, 2, 1, rest. Nur 3, denke ich. Ampelmann. 3, 2, 1, 3, set to go. Workout. Kannst du noch? Nicht aufgeben. 3, 2, 1, rest. Nur noch einmal Kniehebelauf. Und einmal Hampelmann. Dann hast du es geschafft. 3, 2, 1. Und los geht's. Zack, zack, zack. Workout. Schön hoch die Kniehe. Come on. 3, 2, 1. Oh, nur noch einen. Einmal alles geben. Ruhe nochmal alles aus dir heraus. Und los geht's. 1, set to go. Workout. 3, 2, 1. Stopp. Sehr gut Gewinner. Das war großartig. Das war Level 2 deines 5-minütigen hochintensiven Ausdauerintervall-Trainings mit den Übungen Kniehebelauf und Hampelmann. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Mitmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns. Ciao.